Schönen guten Abend und herzlich willkommen bei Rotundies Gaming Area. Ja, wer suchet, der findet und wir finden oder wir versuchen zu finden. Wir spielen mal wieder ein bisschen in der Richtung Fund oder Schund unsere kleinen Hidden Games. Und zwar starten wir mit dem tollen Spiel Hidden Farm Topdown 3D. Okay, ja, meine helfende Hand, meine helfende Stimme aus dem Off ist der gute Gray. Grüß dich. Juhu. Und heute wieder Felgenreiniger in die Augen, damit du alles klar siehst. Das tut weh. Meinst du? Nein, ich weiß es. Du weißt das sogar. Oh. Das klingt so, als ob es dir schon mal passiert ist. Ja. Jetzt wirklich? Ja, nu, das zerspritzelt in alle möglichen Richtungen. Oh, okay. Also, wir hätten natürlich jetzt erstmal, wir gucken das wieder im Nachhinein. So, erstmal kriegt der gute Gray eine Übertragung. Hey. Weil sonst kann er ja nicht mit suchen. So. Und dann kriegt ihr eine gute Übertragung. Ich suche nachher im YouTube-Video. Nach dem Felgenreiniger. Das könnte interessant werden. Nein, mit Absicht mach ich sowas nicht. Gut. Dann fangen wir an. Gucken wir mal, wie groß das Ganze hier ist. Oh, erstmal müssen wir wieder Geschwindigkeit erhöhen. Und wie wir hören, ist die Musik mal anders. Okay, was haben wir denn da? Das sieht aus wie so ein Traktor. Ne, das ist da unten, da der Silo. Guck mal, hier. Das da ist es. Boah. Ne, die Geschwindigkeit ist zu schnell. So kann ich nicht arbeiten. Ah, das ist immer noch zu schnell. Auch ein Stück weit langsamer. Ja, so ist gut. Es ist... Also so schnell. Äh, ne. Es ist nicht das. Doch, das muss das sein. Das vor, dahinter wahrscheinlich. Ne. Das soll der Apfel sein, den man nicht gesehen hat auf dem Bild. Geil. Okay, wir suchen ein Fass. Wird auf jeden Fall schon mal sehr interessant, das Ganze. Aber es ist eine andere Melodie und du hörst die Schafe mähen. Mäh. Ja, sie haben einen Rasenmäher von Stiel erworben. Und mähen sie vor sich hin. Ähm. Hm. Wir gehen mal raus. Äh. Ach so, guck mal. Hier gibt es helle Straßen. Ja. Da ist vor eingeteilt. Aber das ist nicht das, was wir suchen. Das ist nicht das Fass, was sie suchen. Wir suchen auch vor allem einen kleinen See. Wenn ich das so sehe. Wenn ich das so sehe, suchen wir einen See. Ich sehe es. Hier ist es. Ich kann das nicht, ohne was zu trinken. So, 1,1 Stein. Das ist der da. Den haben wir auch gefunden. Okay, was ist das? Immerhin sind es jetzt mal vernünftige Achievements. Oh, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Das ist ein neuer Futtertruck, was wahrscheinlich genau bei dir in der Bildmitte ist. Bei mir in der Bildmitte. Hier? Ja. Ich würde halt sagen, es ist hier. Ach genau, hier. Du hast absolut recht. Das Achievement heißt, der Ende ist nie. Oha. Das Ende ist nah. Das Ende hat noch 48 Pfunde. Ja. Das ist gar nicht so klein diesmal. 48, also insgesamt 52. So, und jetzt kannst du dir aussuchen, was sie da vermuten. Den Kaktus. Nein. Den Büschel vorne. Ja, den Büschel vorne. Yay. Okay, wir suchen eine Bank. Ich hätte gerne 300 Euro. Ach ne, falsche Bank. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das leider, leider kein deutscher Hersteller hat. Dementsprechend auch keine deutsche Bank. So, hier, nein. Ah ne, die hier. So, wir suchen Hoyos von Bylaws. Sind das die hier? Ah, es wäre zu einfach gewesen. Ist der Zaun nicht nahe genug dran. Okay, wir brauchen einen weißen Zaun. Ja. Er hatte grau, blau, irgendwie sowas. Okay, irgendwas, was einer auf dem Auto geladen hat. Sieht aus wie ein Kristall. Da unten. Ich kriege jetzt das Bild hier aus Discord raus. So, kriege ich's. Ah, jetzt. Okay, was. Irgendwas in der Nähe vom orangenen Haus. Das ist hier das orangenen Haus. Ne, das ist nicht. Doch, das ist das orangenen Haus. Das ist die Feuerstelle. Nein, das ist nicht die Feuerstelle. Doch, das ist die. Ja, ja, aber das ist nicht das, was wir suchen. Die Schilder. Ne, da ist dieser Hocker. Ne, der Hocker. Der Hocker ist es auch nicht. Der linke davon. Der linke davon. Oh, ja, der linke Hocker. Das haut mich vom Hocker. Der linke Hocker, der. Okay, gelbes Auto. Gelbes Auto. Einmal gelbes Auto. Oh, das könnte es sein. Ne. Oder das da. Das hier vorne ist es. Ja. Aber was suchen wir jetzt? Jetzt können wir. Jetzt suchen wir ran. Ob es falsche Richtung. Verboten mal das Tor. Das Tor. Ehrlich? Eins von den Schwingtüren. Okay, wir suchen die Riesenmöhre bei den Möhren. Jetzt hat er nur noch ein Tor. Ja. Ich hoffe, wir suchen nachher das zweite. Dann will ich dem gar keins mehr lassen. Sind das diese Möhren? Ist es da die Riesenmöhre dabei? Ne. Ne. Okay, wir suchen einen Haufen Möhren. Einen Haufen Möhren. Vielleicht habe ich da welche. Ja, ich habe keine mehr. Guck mal, das ist ein Riesenmöhre. Eine Riesenmöhre. Okay. Jetzt müssen wir dem Hund auch noch sein Hundehaus klauen. Ja, das war hier. Das steht aber auch auf der Straße. Das ist in Ordnung. So, was kriegt der? Was klauen wir dem hier? Ich glaube, wir klauen gleich den Hund. Die Kiste. Ah, ne. Das sah hier auf dem Ding. Hört es auch mit dem Kopf sein können. Ich dachte, wir klauen jetzt einen Hund. Wir klauen Leute Autos, Häuser, ganze komische Brunenabschnitte, aber noch kein Tier. Nein, das ist richtig. Ja, aber Menschen haben wir schon geklaut. Wir haben schon Menschen geklaut. Aber das sah aus wie das Haus, aber das ist nicht das Haus. Ja, ich suche Sonnenblumen. Ich sehe aber keiner. Oh, hier. Ja. Hier ist das Haus. Ach, vermute ich die Sonnenblume davor oder so. Okay, nehmen wir. Ein Vogelhaus. Natürlich ohne Vogel, weil wir klauen ja keine Tiere. Wer weiß. Ich glaube, wir haben die Küken da drin. Nö, das wollen wir nicht. Dann wollen wir die Schubkarre. Wir wollen die Schubkarre dahinter. Ich bin mir ziemlich sicher, wir wollen den Eimer. Eine Super Mario-Möhre. Klein und gelb. Da ist er. It's me, Mario. Juhu. Juhu. Okay, folgen die Folgen im Wasser. Irgendwo muss doch ne Hände. Nee, das muss doch irgendwo. Irgendwo muss doch ne Hände. Das ist das Hände. Ah. Okay, wollen wir das Schiff? Wir wollen das Schiff. A truck in McTor. Wieder die Kiste davor? Ja. Okay. Wo könnte das sein? Gelber Zaun. Gelb? Warte mal. Gelber Zaun. Wollen wir den Ding gehabt? Da ist der gelbe Zaun. Hier ist die Schubkarre. Okay. Das ist hinter irgendeinem großen Silo. Silos. Hier sind Silos. Aber ich glaube nicht, dass das passt, oder? Doch. Du musst wieder da viel zu weit rüber, dass es gerade unten am Bildschirmrand ist oder so. Okay. Ich brauchte diese Blume. Oh Gott. Wir brauchen ein Kürbis. Oder die Vogelscheuche davon. Oder die. Oder das Vogelhaus. Oder ein Grashalm. Gras. Ein Grashalm. Das ist krass. Ein krasser Grashalm. Grashalm. Dann nehmen die Vogelscheuche. Okay. Äh. Gelber Zaun. Wo war denn der jetzt schon wieder? Gelber Zaun. Ja, eine Schubkarre. Aha, gelber Zaun. Äh. Mit so einem Bäumchen mit Äpfeln hinten dran. Ah. Okay. Noch eine schubsende Karre. Noch mehr gelber Zaun. Drahtesel. Nee, das ist aber nicht der Drahtesel. Ich glaube, das ist... Nee, das muss auch... Kann auch hier nicht sein. Das ist... Der falsche Boden. Hier. Nee. Auch nicht. Noch ein gelber Zaun. Warte mal, ich muss mal rauszoomen. Gelber Zaun. Hier ist noch was, gelber Zaun. Aber hier ist keine... Keine... Nee. Da unten? Oh, da ist er. Ja. Kann man ja die Bäume füllen? Findet die Sachen nicht so gut. Äh. Blau-rotes Auto. Blau-rotes Auto. Hm. 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 Hier, blau und rot. Und wir suchen... Diese Kiste. Okay, wir brauchen wieder einen Vogelscheucher. Oh, guck mal. Ich kann hier was machen auf Twitch. Was denn? Ja, danke schön. Jetzt geht mein Sound-Port nicht. Jetzt mal ohne Müll. Ich kann mein Sound nicht abfeuern. Was ist denn das für eine Scheiße? Äh. Service Error. Error opening devices can happen for a number of reasons. Äh. 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 Okay. Connect your GoXLR and try again. Na, sehr schön. Also, ihr hört mich zwar. Und auch Ray hört mich. Aber mein GoXLR geht gerade nicht richtig. Und deine Kamera auch nicht. Du hast gerade einen sehr guten Gesichtsausdruck im Stream. War super. Läuft. Und es ist nicht der Proof. Äh. Warum? 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 Es wäre doch zu einfach, wenn mal irgendwas funktionieren würde auf Anhieb. Ja, vor allem nach so einem Update. Ich hasse Updates. Das habe ich schon erwähnt, dass ich Updates hasse. Der Grund, warum wir die immer rausschieben. Jedes Mal ist irgendwas kaputt. Ja. Kurische Sachen mit Ton. Ja. Ja. Hörst du mich noch? Ja. Hörst mir noch. Ja, ich hör dich noch. Ja, ja, ja. Äh. Geh mir mal einen Moment. Ich versuche mal, meine mich wieder zu richten. Also meine Cam. Ja. Äh. So. das sieht doch gut aus wir haben wieder wir haben wieder bewegung im bild zumindest das eine 1 konnte ich richten gucken ob ich das mit dem sound auch hinkriegt ach ja ich soll die sound der sound explorer ist ganz abgestürzt den gibt es gar nicht mehr in ordnung hat keine lust ich gehe weg tschüss von lomi ich würde auch wo machen wo grüß dich aber geht es geht gar nicht mein go ich so er hat so abschmiert ja jetzt und jetzt geht es wieder es geht neues geld und noch danke euch danke danke fürs stoppen ist okay meinst du was suchen wir jetzt gerade eine vogelscheuche oder den hut von der show gescheuhe ich wollte die gegengesetzung ist okay ja lomi ist okay alle so gehen weil hier ist keine vogelscheuche ich hätte gedacht das wäre das aber das ist das nicht oder ein haus ein hühnerhaus ein hühnchenhaus hier oder das sieht gut aus näher ist nicht auch nicht hier das ist das geld das ist auch falsch dann mache ich so mal wieder raus links oben was so das ist ja das sieht gut aus wir wollen den holz klotz der noch nicht mal auf dem bild zu sehen war natürlich wollen wir den okay wir haben das spiele nicht viel einer einige koste bestimmt wieder nur rund 94 euro 99 aber das können wir noch können wir später herausfinden so das wasser gedöns oder das wasser kunden nein das ist wasser gedöns eine vogeltränke ich sehe es aber nicht als nicht das musste da sein was musste da sein okay und hier ist das andere aber was suchen wir hier mit den track suchen wir den traktor wieso nicht große sonnenblume vermutlich da ja die falsche sonnenblume okay und jetzt brauchen wir kürbisse den ersten kürbis abgeerntet oder ist wo ist das vor allem wollen wir das ganze feld davon was will ich gerade ob er uns sagen will wir sollen das ganze feld nehmen oder er möchte wieder nur eine der pflanzen nein er will wieder eine der pflanzen da ist es hier nein das ist kein erntespiel ist nicht farm simulator war so ein spiel was mich nie gekriegt hat arm simulator habe ich ja bei powerbox simulator am anfang auch gedacht und dann habe ich gereinigt wie ein blöder hatte das sogar aber ich habe nur das mit mord kaputt gemacht und das hat spaß gemacht warum machen sie sachen kaputt als lustig ist mit 8 millionen kam haben fällt zu ballern okay das ist glaube ich der da unten dass der hier das funktioniert gerade viel zu gut hier ist doch der oder nicht rechts unten ist das haus oben jetzt hinterm zahnrad oben hinterm zahn da ja hier ist auch der lkw ja sehr gut heute wir brauchen wieder ein der hier ist das der da ja dann ist es das schild hier weg was er glaubt jetzt wissen sie nicht mal mehr wo sie hin müssen das wussten die davor schon nicht das sieht nach dem aus dann ist es diese und nöte wir haben gar keine runde die haben nur hütten deswegen haben ihre runde steuer nicht bezahlt deswegen kriegen die jetzt die hunde wird man abgenommen aber die kleine hunde mehr halten können in der heiter hat der heilen der und die darf nur einen und die geben das bin ich deswegen geben wir alle gehen alle gehen alle und nöten weg wir suchen wieder vernagelte bretter ja das sieht wieder nach hier oben aus ja wollen wir da auch die feuerstelle haben ich weiß nicht vielleicht ich kann sie ja nicht sehen also irgendwas wollen wir ich nehme mal so ein stuhl oder ein stuhl ich könnte auch das schild nehmen aber vielleicht ist es wirklich die feuerstelle hier die heubern ein fahrrad das hatten wir vorhin schon mal das war eins von den vielen wurden wo auch an einem gelben zaun gehangen hat wo ich gesagt habe dass das ist das falsche aber wo war das bist schon wieder reingesummt ich will raus um die frage ja wir hatten da schon war warum hier hier ist grün es ist so zum glück ist so eindeutig mit den gelben mit den gelben zäunen und so ein gelbes haus könnte dieses haus hier sein es ist nicht dieses haus doch es ist dieses haus das wirklich dieses haus okay sonnenblumen fällt wieder ein vogelhäuschen wir haben es gegen die die tiere dürfen hier nicht ordentlich wohnen der wird alles abgenommen hier vogelhäuschen vielleicht ist da was leckeres drin lauwarme servicia ich muss gestehen der lauwarme servicia ist ja irgendwie habe ich mal ich weiß nicht mehr wo habe ich wirklich servicia bestellt die habe ich sogar wirklich so ein bisschen wärme angewärmt bekommen was schmeckte nicht die bier hier ist ja gut kommt halt drauf an was jeder schon wieder darunter versteht das ist genau an der gleichen stelle okay wir klauen wieder ein tor diesmal ein weißes und die rechte seite nicht die linke seite wo ist ein weißes tor möchte ein weißes tor haben geben sie daher weiß warum so um so um so um so um das ding wir dürfen noch wir dürfen noch mal noch einen ernten wo waren der wo waren die die hier war das und welchen enden wir denn jetzt nehmen wir den ab nein den dritten diesmal den dritten ein blümchen am wasser ein blümchen dann muss es ja irgendwo weiter unten sein hier da jesus geigen clown aber nein das ist ja aber wo müssen wir dahin wo ist das denn da man im gelben haus rechts da oben da sind die auf der straße naja da muss man wieder an suchen dann wollen wir das fass ja wir wollen das was das goldene fass okay wir haben hier wieder so ein gold klumpen ja blaues auto bot das auto war hier nee das war nicht dass das ist das oh herrgott wieder so halbwegs sehen ja aber wo ist es denn da das da war es hoch links zwischen baumspitzen grünes fahrrad neues fahrrad wir haben eine neue farbe gefunden grünes fahrrad ist grün wenn spaniens blüht und da ist es wenn du ein grüne fahrräder denkst ist ja auch ein allergiker ja ja ich auch zeit die man haben kann frühling und sommer ja ja gut ich ich hab's gegen alle klerese also wenn die wenn die wenn die wiese aufhört an die bäume an wenn die bäume aufhören fangen die kräuter an dass ich kann es die ganze nach der ganze das ganze jahr durch so das war hidden farm top down 3d ich gucke ich gucke wie immer mal auf die wunderschöne information des preises getränk leer getrunken ich war es nicht das muss ich doch ausstehen 97 50 diesmal nur aber ist 95 prozent im angebot jetzt kriegst du es für 4 euro 87 und vermutlich ist das immer noch 15 mal mehr als du gezahlt hast das ist richtig absolut